Herzlich Willkommen bei den Airlinern. Christian und Daniel haben zwei wunderschöne, besondere Airliner mitgebracht. Wir haben diesen komischen Knubbel, der aussieht wie so ein fliegender Walfisch. Das ist ein Beluga, ein Transporter der Firma Airbus, fliegt von Fluss nach Hamburg, sehr viel Flugzeug rücken weg. Über Hamburg immer mal wieder zu sehen, im Anflug. Ja, wenn wir das Vater kaufen, ist das kein Zyper, oder? Ja, wer ist das wieder? Schön zu sehen. Zwei ganz besondere kleine Airliner hier, vereint im Indoor-Käfig. Zwei ganz Deutschland Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020